Zack. So, diesmal beim richtigen. Fett Arsch. Oh, Jerky. Sehe ich aus wie ein Zombie. Schieß auf die Zombies. Defibrillator? Ja. Immer praktisch. Defies, glaube ich, wenn du komplett auf dem Boden liegst und quasi schon tot bist. Achtung! Das ist schon eine Etage tiefer. Das ist auch der Montel. Aufpassen! Wo waren wir am Start? Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo seid ihr denn? Achtung! Ich bring da noch so ein paar Freunde mit. Bringst du Freunde mit? Hä? Was macht ihr denn da hinten? Ja, was machst du da vorne? Das frag ich mich auch gerade. Das ist ja gerade so komisch. Ich wollte gerade auf dich schießen. Das ist ja gerade so komisch. Das ist der einzige, wo ich erst einmal das Spiel gestartet habe. Auf einmal ist mein Monitor ausgegangen. Da wollte ich nicht mehr starten. Okay. Ich musste erst einmal den Monitor vom Strom kappen. Stimmt, ja. Ja. Ich glaube, wir werden vergiftet. Boah, das ist jetzt ein wunderbarer Weichzeichner. Jetzt kannst du prima Selfie machen. Ja, unbedingt. Woah! Ich sehe gar nicht mehr. Ja, Hilfe. Das muss ja zu viel machen. Ihr macht die Aufzugsparty Äh, okay Ja, ich halte ihn ewig dann in den Hoki Uiuiui Alter Loks Was, durchsucht die Dinge nach was rauchbarem Okay Was rauchbarem? Ja Ja, räucherbare Eieiei Wie, Mann, nöre, nöre mal den Schuss, Alter Was ist das da? Und rein, die gute Stufe Was hab ich denn da? Was, du, schick ich kotze? Ey, was los? Rauschkopf Ja, ich bin ja schmerz Na echt, ey, alle rein, jo Da gut, mal, bin ja auch schon da Herrlich Clambo Clambo hat Hm, okay Hä? Hm, hä? Was? 28 Punkte hast du, warum? Haben wir keine? Irgendwann, wenn man nicht der Sauberhaus sind Ja, voll, nur, dass du aber keine Punkte Ah, super Ich hab doch gar nicht so viel gemacht Hm Hör aufmachen hier, was da los? Warte, wer ist voll? Lade nach Alter Also ganz im Herzen Schott gab man eine Scheißwaffe, äh, Scheißentscheidung Ne, läuft schon wieder weiter, ich hab einen Ladevorgang Ruckelnderweise Öh, okay Nämlich Öh, ja, ne? Ja, ich dachte, ich war einfach nebenbei, ich spüre, und da noch ein bisschen Könnte vielleicht damit zusammenhängen Könnte Muss nicht Hm, da gibt's Mollys Gibt's da einen Lolli? Molli macht's Holli Yeah Oh, Lolli Jowie, jowie, Holli, boing Hä? Jetzt zum Zentrum Hä, ist schon tot? Hä, was hab ich denn hier? Ich weiß doch nicht, was du da hast Komische Komische, möchte gern Gewerche Eine Pumpe Äh, Uzi War Arzthelfer Ich hab ich auch Ich schrott, Uzi War schei gedämpft, aber Ich schrott Da schnüffelt was Da lassen wir auch schnüffeln Oi, 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 oi Und ich verarschen wollte Warten die dich gerade im norddeutsche dabei, warum darf man die jetzt nur englisch? Ach, das ist einem kurzen quer, jedoch dem wenn irgendjemand rein spawnt und dann nicht aus der gleichen ok dahin zu gehen was gibt es da sie schon wieder vorhanden bekloppt oder wo solltet klar abzündig eine im laden die geschadte aber darüber ja der plan geht auf ja er hat mich hoch ich sag dir die badsbenzer faust die gar so in der dicke johann ja doch noch ja jetzt oi oi ich muss habe ich gerade voll gekotzt ja im kotzer schießt die ob ich komme worauf ich muss ja mal kurz weg ich sehe gar nichts mehr du machst du doch gerne mit absicht kann er zeitlich immer vor meine schüsse zu stellen dann ist erotisch noch lauter schreiben wenn ihr nachladet er lässt sich erst so weiter weißt du zombies reagieren auf lärm aber ich muss brüllen ich nehme mir einen schuss ok auch die absen kräfte Lade nach Lade nach Lade nach alter der herz die plächer kraft jetzt wird er schon wieder was hinten dran warte mal eh ruhig ich lade ja ich habe hier auf die leiter da geht's hoch bin besoffen okay du schuldest mir was ich muss mich um auf die arzt hier oben nicht auf das vieh schießen gehen lassen einfach vorbeigehen nicht berühren vorbeigehen idiot was one hit kill bei der witsch willst du eigentlich das habe ich nie gesehen da zum beispiel macht so total sinn oder nicht m41 fehlt noch ein laser wie sie als aufsatz hier ist das laser visier perfekt das ist echt sinnvoll deck mich mal was kann ich auch zeit dass ich teils in 999 dollar scheiß kristel über die mich verarschen die schon teuer die waffen jetzt willst du denn da du geh doch oma jetzt mein angebot ich habe mich hier auf dem dach verbarrikadiert mit genug vorhörter und waffen die meine fresse epic ist das dein ernst jetzt was denn ich habe standpult Wieso Epic? Ich kann mich auf die Festplatte ins Spiel installieren. Okay. So, geht weiter. Seid ihr jetzt drin? Seid ihr draußen oder seid ihr drinnen? Ich bin draußen und bin grad auf dem Weg nach oben. Hab die Cola. Aber ich hab da ein bisschen Gruppenkuscheln. Vielleicht ein Ticken sogar zu viel Gruppenkuscheln für mich. Ah, herrlich. Na, sehr lieb. Na, sehr lieb. Habt ihr jeden Tankwagen explodiert? Ich komme ja nicht mehr zu euch hoch hier. Nö, geh einfach geradeaus. Geh einfach geradeaus vor die Straße. Möhre, wo bist denn du? Die war voll scheiße. Da bist du. Achso, du bist schon beim Selbstheilen. Okay. Naja. Witchy bitchy. Okay. Hör auf zu flenden. Vorsicht, die Witches mit dem Getränkel. Passt auf. Lade. Lade nach. Hunter, Hunter. Passt auf. Lade nach. Lade nach. Be": Eigentlich überlastig. Lade nach. Lade nach. Drei noch lauter! Hm, gar nicht hoch. Achtung! Ja, ja, rein in die Hütte. Hm, rein! Ihr seid, rein, 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 rein! Ja, ja, kann doch schon nach. Hat gut gepasst. Alter! Schon Widerstand. Zum Glück ist er gleichartig. Macht ihr mich überhaupt noch? Hallo! Was? Weiß ich auch nicht. Hehehehe. So. Munition. Sanicaster. Fast. So schön. Rüstet euch schon mal aus. So. Ich hab Standbild bei Left 4. So. Und wenn's nicht anders geht, paddel ich dir einen? Richtig, paddel mal. Enerctiv. Na wo ist er denn? Das ist... Ach shit, der drogt die Waffe nicht richtig. Na, wohl, das ist die gleiche Waffe in grün. Offensichtlich was schade. So, aus da. So. 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 So, wo ist ein bisschen. Ja, ja. Jetzt du ihn da. Hast du da 4 Eckstellen, das muss versteckt sein, oder was? Genau. Oh, ich hab ne Flashlight! Oh! Ja wenn nicht, müssen wir nochmal kurz neu starten, wenn der Zuzelt wieder reinkommt. Ich versuche gerade beizudrücken. Ah ok. Ja kein Problem. Ich wollte ja eh das andere Level spielen, von daher passt das ganz gut. Na gut dann breche ich nochmal, dann macht der eh nichts. Ist er schon fertig? Wollte ja nicht lange dauern. Ok. Schmeißen wir uns kurz raus. Das war. Ich küsse mal ins Kopf und ich will mich auch noch rein rochen und dann können wir nochmal loslegen. Jawoll ja. Da muss ich sagen, bis gleich. Loslegen. Ich bin zu versagen. Wenn ich jetzt gleich los will. Ja. Kein. Okay. Bis zum nächsten Mal.